weiter abstoß was machst du ich hab nichts gemacht ich brauche nur einen bruder dicker was sind das für bälle oh mein gott du schießt was machst du da willst du mich flaxen dicker ich bin im tor zum glück besser ist es digga wetten wir der geht rein nein doch wenn du ein tor gewesen wärst dann wäre reingegangen wo wärst du hin gesprungen ich wäre nach unten links gesprungen ok du hättest ihn auch nicht gehalten weil er oben links war ich hätte ihn irgendwie noch rausgekrallt